Camaro, BMW, ein seltenes Fahrzeug, ein BMW Touring, und zwar ein Alpina Touring 2000 TII. Das war ein 71er Vierzylinder, der ist umgebaut mit Alpina Einzelfrosseanlage, 5-Gang Sportgetriebe, erster Gang hinten, sehr schön. Und seltene Touring-Ausstattung, Touring 02 BMW, das war der kleine BMW zum Transportieren. Und hier haben wir ein Cabrio, ein E30, hallo, schönen guten Morgen, ein BMW E30 325.